Herzlich willkommen wieder auf meinem Kanal, Freunde. Wir sind in Schleswig-Holstein unterwegs. Ihr wisst, es war Kieler Woche und der Ministerpräsident hat einfach auf der Bühne, wie hier singt, Laila mitgesungen. Das verbotene Lied, was keiner singen darf oder aufschreiben darf, die 10 Gebote gegen das Laila-Lied. Ich bin wirklich gespannt, wie sich das natürlich aussieht. Ich finde es natürlich sehr, sehr cool, dass er das gemacht hat, muss man dazu sagen. Das sei dahingestellt, aber es gibt bestimmt ganz, dass viele Leute sagen, wie kann man nur und warum und bababa. Ihr wisst ja, wie das halt ist. Für mich ist es halt nur ein Lied und nicht irgendwie, um Leute zu diskriminieren oder irgendwas darzustellen, was es halt darstellen soll. Ich glaube, es wird mehr draus gemacht, als es ist. Ihr könnt ja mal reinschreiben, was ihr natürlich so sagt.